Hello, hier sind ein paar Highlights nach vier Monaten Vanlife. Dazu gehören auf jeden Fall die Sonnenaufgänge, die wir auf Mallorca hatten. Danach waren wir nämlich viel in Portugal unterwegs, was ja nicht die Sonnenaufgangsseite ist. Den Pumptrack haben wir in der Nähe von Valencia gefunden. Das hat richtig viel Spaß gemacht und ich würde voll gerne nochmal zu einem. In Montanejos, was auch in der Nähe von Valencia ist, ist so eine richtig, richtig schöne Schlucht. Das war auch einfach magisch, dort baden zu gehen. Und in Portugal, in Monte Clerico, haben wir so eine Straße gefunden, wo man perfekt Surfskalten kann, direkt zum Sonnenuntergang. Generell, Portugal mit dem Van war einfach krass. Die Aussichten mit den Klippen und dem Meer, einfach wunderschön und einmalig. Die Küste ums Tubal hat uns auch richtig gut gefallen. Da sind super viele Felsen und man kann perfekt Klippen springen üben. Und das Wasser ist einfach so klar. Dann haben wir richtig viel Zeit in Erisera verbracht, weil uns die Community da einfach so krass gefallen hat. Und wir eine richtig schöne Zeit mit anderen Menschen zusammen hatten. Surfen in Nordspanien, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es war einfach ein Vibe, uns hat richtig viel Spaß gemacht. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass wir langsam besser geworden sind. Was noch richtig special für uns war, war Wandern in den Pyrenäen. Hier waren wir an dem Gebirgsbach Uridara und das war auch einfach ein Highlight. Selten so einen magischen Ort gesehen.